Was geht YouTube? Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Unterwegs mit Sascha Wir sind heute unterwegs in der City Wir dürfen natürlich gespannt sein auf jede Menge Traffic Wir sind heute auf der Suche nach ein paar neuen Outfits Für ein paar neue coole Instagram Bilder Ja Sascha, nach welchem Kleidungsstück bist du heute auf der Suche? Ich suche heute ganz was extravagantes Neue Unterwäsche Ich bin eigentlich auf der Suche nach einer neuen Jacke In meinen Augen ist so eine Jacke, die jetzt unter 10k kostet Das ist meiner Meinung nach auch keine Jacke 10k? Nein Digga, da wirst du übelst ein Schnäppchen fahren Vielleicht noch ein paar neue Oberteile wäre nicht schlecht Vielleicht eine neue Hose, neue Schuhe, neue Gürtel, neue Uhr, neues Auto, neue Wohnung Wobei ich sagen musste letztens, als du dir das Space Shuttle gezogen hast, war auch nicht schlecht Also Leute, wir melden uns gleich bei euch, wenn sobald wir im... Was für wir? Du meldest dich wieder Ja genau, stimmt Ich hab mich noch nie gemeldet auf einem 6KM, Alter Stimmt Wir melden uns wieder, ich hab mich noch nie gemeldet, Mann Stimmt, ich melde mich Das geht YouTube Woher kommst du nochmal? Freudenstadt Eine Weltmetropole, in der man unbedingt gewesen sein sollte Es ist nicht nur voller Tourismus, nein, auch die bekannte Spielstraße Junge, servus, Mann Ja, servus! Was geht ab, Mann? Was geht, Mann? Willst du irgendjemand grüßen? Aaaaah! Ich weiß nicht, Mann Erzähl was den Leuten Boah, keiner, ich bin hier in Stuttgart Und du hast mich gerade getroffen, oder? Genau Ja, wir waren gerade in einem Laden, da gab es eine Jacke für 2.000 Euro Nee, das Problem ist, ich hätte ja für 2.000 Euro mitgenommen Aber da stand noch Sale 50% Sprich, die Jacke, die am Ende 1.000 Euro kostet Und sind wir ehrlich, für 1.000 Euro Damit kannst du nicht rumlaufen Neee Wie sehe ich denn aus? Wie das letzte Stück Scheiße Also Leute, ich war jetzt hier Die hat mich beraten, ganz super, klasse, danke Adisha, hast du gut gemacht Ich hab mir jetzt eine neue Jacke gekauft Hab mir noch ein neues Oberteil gekauft Und die Bilder kommen natürlich auf Instagram Das heißt, ihr könnt da vorbeischauen UnsympathischTV Können wir ein Bild machen? Hallo, können wir ein Bild machen? Bitte Wir gehen jetzt gleich zum Sascha Und drehen bei dem noch ein Video ab Der übelste Zufall ist eingetreten Ich hab heute Ich hab heute Zufälligerweise Tim Gabel in der Stadt getroffen Es ist kein Schwach Wir haben uns wirklich zufällig getroffen Halt die Fresse Er wollte einen Pick mit mir Ich laufe dir 500 Meter lange hinterher Und ich schreie die ganze Zeit Niko, Niko du Hurensohn Inosokope 85 Ich will einen Pick und so Schöne Augenringe Danke Ähm, wohin geh ich jetzt? Nach Hause Alles klar Ja, wir haben jetzt alle verabschiedet Jetzt geht's kurz noch Eine Kleinigkeit zum Essen holen Dann geht's zu Hello Und dann wird gedreht worden Scheiße, wir ticken heute komplett auf Ja, willst du noch was hinzufügen? So, ihr Schwuchtel Bei den Fans zu McDonalds Hallo? Ja, da bist du Hello, bitte Eine Cola Light für mich und meinen Freund Kein Problem Scheiße, war's vergessen, oder? Ne, Strohhal ist ein Stück Ah, scheiße Mach's gut, ciao, ciao Oh, rein Ah, Strohhal ist schon wieder runtergefallen Yo, der Sascha und ich Wir sind aufm Weg Yeah Zu ihm nach Haus Ein Video drehen Und ich bin am Haus Yeah Heftiger Sound Kannst du nicht machen? Kannst du nicht machen? Kannst du nicht machen? Ganz so gut Leute, wir drehen jetzt das Video von Sascha So Leute, Sven ist jetzt auch am Start Saschan ist auch am Start Wir gehen jetzt ins Gym Und heute geben wir uns richtig Schulterbizeps Ich freu mich drauf Was geht ab Leute Wir haben jetzt gerade schon am Anfang schon Schulter gemacht Also, wir machen jetzt immer noch Schulter Aber wir machen jetzt hintere Schulter Dieser Kollege hier Ja Er wird jetzt demnächst im Februar mit mir zusammen extrem diäten und dann gucken wir uns bald einen Unterschied an. Er wird jetzt erstmal meine Übung abfilmen für die hintere Schulter, die ist extrem nice, habe ich ja herausgefunden. So, jetzt habe ich mir kurz die hintere Schulter zerhauen, könnt ihr mal ausprobieren, die zieht extrem, danach kommt nach der Übung noch Bizeps, da nehmt ihr euch natürlich mit, weil Bizeps ist natürlich die wichtigste Übung. Ich springe. So Leute, wir sind durch mit dem Training. Es war mal wieder ein Training. Hier, der Kollege da, ja, sollte ein gutes Bild von mir machen, wenigstens eins. Ich weiß, es ist bei mir nicht einfach, aufgrund der genetischen Voraussetzungen meines Gesichts, aber er hat es trotzdem nicht hinbekommen, ein gutes Bild zu machen. An dieser Stelle kann gut und gerne auch mal das eine oder andere Handtuch fliegen. Wir sehen uns später. Yo Leute, das war's mit dem Vlog für heute. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, könnt ihr einen Daumen hoch um da lassen. Ansonsten könnt ihr beim letzten Video vorbeischauen und den Channel abonnieren, falls ihr es nicht gemacht habt. Alles klar. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen, schönen Sonntagabend und wir sehen uns. Haut rein.